Ja, da kommt auch heute noch ein Flugzeug von Frankfurt, was für einen schönen Sonnenuntergang. Etwas nach rechts, so ist das. Herrlich. Bald wird sie weg sein, jedenfalls zur Ansicht von uns. So, fangen wir sie noch etwas ein. Es ist auch schon lange im Jenseits. So, wie schaut es denn aus? Ja, nur noch etwas. Ja, jede Minute ein Flugzeug aus Frankfurt. Richtung über uns weg, wie dieser Vögel, wenn er mit drauf ist. Ja, und wem dreht es? Auch einmal. Diesmal ziehen sie von Ost nach West. Haben sie sich kennt und... Nein, ganz rechts, nicht im Bild, kommt eins von West und macht lieber uns dann weg. Freihalsrüstung aus. Wohl zu, am Abend noch. Naja. Ah, die Sonne. Die Sonne, jetzt ist sie gleich, gleich, gleich weg. Das war's. Bis wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.